Heute im Klettern Grundlagenkurs alles, was ihr über diese Dinger, also Karabiner, wirklich wissen müsst, wie ihr sie richtig verwendet, wann wir sie brauchen und was ihr niemals mit ihnen tun solltet. Deshalb heute Klettern Grundlagenkurs, Karabiner. Heute starten wir mit einem Video, das manche von euch vielleicht vor Urzeiten schon mal bei mir am Kanal gesehen haben. Jedoch, vieles in dem Video ist für die Kletterer vielleicht nicht ganz so wichtig, anderes wurde vielleicht nicht so detailliert erwähnt. Deshalb hier jetzt das quasi verbesserte Update. Karabiner. Die gibt es im Geschäft in allen möglichen Farben und Formen und eines vorweg, die Farbe ist per se vollkommen egal. Doch die Form dagegen, die ist deutlich wichtiger und hier gibt es offiziell eigentlich drei Formen, die man heute noch wirklich kennt. Da gibt es einmal die ovalförmigen Karabiner. Diese sind die eigentliche Grundform der Karabiner und sozusagen das Urgestein in diesem Bereich. Die ovalen Karabiner haben den Vorteil, dass sie sowohl in die eine als auch in die andere Richtung symmetrisch sind. Somit hat der Karabiner keine Engstelle und auch wenn man sie um 180 Grad dreht, sieht er bei der Längsbelastung immer noch genau gleich aus, was in manchen Fällen praktisch sein kann. Jedoch hat er im Klettersport in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung verloren. Denn es wurden nach einer Zeit die sogenannten D-Karabiner entwickelt, die durch ihre D-Form kleiner und leichter wurden, weil sie Material wegsparen konnten und dennoch an der längsten Stelle die gleiche Größe aufweisen. Heute sind eigentlich fast alle Karabiner, die man kaufen kann, D-Karabiner. Und dann gibt es da noch die HMS-Karabiner. Diese werden gern mit der Birnenform beschrieben, weil sie mit sehr viel Fantasie eben aussehen sollen wie eine Birne. Gut, ist Geschmackssache, aber HMS-Karabiner, das lässt sich durch die HMS-Sicherungsmethode erklären. Denn der Halbmastwurf, kurz HMS, lässt sich auf einem Karabiner mit viel Platz am Bogen deutlich leichter einlegen und umklappen, als das bei einem D-Karabiner oder einem doch eher schmalen ovalen Karabiner der Fall ist. Aber was denn ist bitte ein Bogen? Wenn man von mehr Platz am Bogen eines Karabiners spricht, dann meint man beim D-Karabiner oder HMS-Karabiner im Prinzip die Oberseite, also die Seite, auf der letztlich mehr Platz ist. Doch auch alle anderen Teile des Karabiners haben Namen. So zum Beispiel ist das hier der Rücken. Der Rücken wird umgangssprachlich auch gerne als der gesunde Schenkel bezeichnet, da dieser quasi durch keinerlei Öffnung unterbrochen wird und damit sozusagen in einem Stück gesund ist. Gegenüber des Rückens befindet sich dann der Schnapper. Und dieser Schnapper ist dann entweder ohne jegliche zusätzliche Sicherung mit einer Feder am Karabiner gehalten, um so die geschlossene Form letztlich beizubehalten, oder aber es gibt eine zusätzliche Absicherung, um den Schnapper am direkten Öffnen zu hindern. Diese Absicherungen nennt man Verschlusssicherung. Hier gibt es eigentlich drei wirklich wichtige Arten, die man sich merken sollte. Zum einen keine Verschlusssicherung. Das sind dann sogenannte Schnappkarabiner. Man findet sie beispielsweise bei Expressschlingen, aber dazu gleich nochmal mehr. Dann gibt es noch den Schraubverschluss. Dieser zeichnet sich durch eine Schelle aus, die über ein Gewinde über die Kante zwischen Schnapper und dem Karabiner geschraubt wird und somit das Öffnen letztlich verhindert. Das sind am Markt die mit Abstand häufigsten Karabiner mit Verschlusssicherung. Zu guter Letzt gibt es dann noch zwei Wegekarabiner, manchmal aber auch drei Wegekarabiner. Diese fasse ich jetzt hier mal zusammen, da sie sich vom Prinzip her alle recht ähnlich sind. Zwei Wegekarabiner heißt sie, weil es zwei Bewegungen braucht, um den Karabiner zum Öffnen. Die erste Bewegung zum Beispiel könnte in einem Fall das Verdrehen einer Schelle sein, die sich über die Öffnungsrichtung schiebt, wenn der Karabiner zu ist. Dreht man diese um 90 Grad, ist der Schnapper freigelegt. Die zweite Bewegung ist dann letztlich das Aufklappen des Schnappers. Dann gibt es aber auch noch Dreiwegekarabiner oder auch Trilockkarabiner genannt. Diese brauchen also drei Handgriffe, um geöffnet zu werden. Berühmtestes Beispiel ist der sogenannte Balllockkarabiner. Hier ist die Ergänzung zum Zweiwegekarabiner eben ein Knopf. Dieser Knopf wird eingedrückt, damit sich die Schelle überhaupt erst in die entsprechende Position drehen lässt. Nach dem Entriegeln der Schelle funktioniert alles genauso wie bei einem klassischen Zweiwegekarabiner. Es gibt aber auch zwei Wegekarabiner, die ganz anders funktionieren und auch hier werden immer wieder mal neue Systeme entwickelt und ausprobiert und am Markt vorgestellt. Das sind also die drei bzw. eben vier großen Karabinerverschlüsse. Trotzdem gibt es ja immer noch Karabiner, vor allem Schnappkarabiner, die irgendwie anders aussehen als die anderen. Zum einen ist da der Schnapper selbst. Hier gibt es Drahtschnapper und Aluschnapper. Die Drahtschnapper haben den einfachen Vorteil, dass sie leichter sind als die Aluschnapper, ohne den Karabiner zu schwächen. Problem an ihnen ist aber, dass gerade zu Beginn das Einhängen des Seils bei Expressschlingen manchmal mühseliger und fummeliger ist als bei klassischen Aluschnappern. Außerdem gibt es dann bei Karabinern auch noch sehr dünne Karabiner, wie hier beispielsweise diesen Petzl-D-Karabiner. Auch deutlich dickere Karabiner, wie diesen Austria-Alpin-Karabiner. Sie halten aber trotzdem das Gleiche aus. Austria-Alpin setzt hier auf einfache Herstellungsprozesse und kann damit die Kosten für den Konsumenten letztlich auch senken. Einen Karabiner so zu formen und Materialeinsparungen ohne Sicherheitsverlust zu produzieren, kostet letztlich eben mehr Geld, weil es aufwendiger ist und dementsprechend kosten die leichteren Verschlusskarabiner eben auch mehr Geld. Jetzt gibt es manchmal auch noch eine weitere spannende Frage, nämlich macht es denn eigentlich einen Unterschied für die Sicherheit im geschlossenen Zustand, ob ein Verschlusskarabiner oder ein Schnappkarabiner jetzt vorhanden ist? Dafür können wir uns den Karabiner selber als Hilfsmittel nehmen, denn der verrät uns ganz genau, wie viel KiloNewton der Karabiner in welchem Belastungszustand eigentlich aushält. Und hier sehen wir, dass der Schnappkarabiner je nach Modell ähnlich viel aushält wie der Schraubkarabiner. Heißt, der Verschluss per se macht einen Karabiner nicht stärker, sondern schützt lediglich davor, ihn zu öffnen. Das ist aber auch nicht unwichtig, da ein offener Karabiner eben auch deutlich mehr weniger aushält als ein geschlossener Karabiner. Auch das können wir hier sehr gut am Karabiner anhand dieses Symbols erkennen. Grundsätzlich gibt es aber eine Richtung, in der ein Karabiner gerne belastet wird und eine Richtung, in der er nicht so gerne belastet wird. Die sogenannte Querbelastung ist nämlich weniger stark im Vergleich zur Längsbelastung. Schlimm ist eine Querbelastung in der Kletterpraxis, aber in der Regel nicht. Denn die Kräfte, die bei einem Sturz beispielsweise auf einen Schnappkarabiner vorherrschen, liegen trotzdem noch deutlich unter der Bruchlastgrenze der Querbelastung eines Karabiners. Bis jetzt wissen wir also, welche Karabinerformen es gibt, welche Verschlussarten und was ein Karabiner so aushält. Der Karabiner hält ja einer gewissen Bruchlaststand, zum Beispiel 24 Kilo Newton oder 22 Kilo Newton. Das ist immer sehr unterschiedlich. Jedoch gibt es natürlich Untergrenzen, die ein Karabiner aushalten muss. Schafft er das nicht, darf er auch nicht in den Verkauf als ein klassischer Karabiner fürs Klettern. Manche fragen sich jetzt vielleicht, ob man denn einen Karabiner irgendwie schwächen kann oder so behandeln kann, dass er aussortiert werden muss. Da gibt es grundsätzlich zwei Herangehensweisen. Ein Hersteller zum Beispiel wird euch hier immer deutlich vorsichtiger beraten. Manche Hersteller sagen, dass ihr einen Karabiner austauschen solltet, wenn er gewaltsam auf den Boden aufschlägt oder wenn er älter als XY Jahre ist. Tests haben aber bereits vielfach bestätigt, wenn ein Karabiner auf den Boden fällt, dann tut ihm das grundsätzlich gar nichts. Die Bruchlastwerte bleiben auf dem Wert, der bei einer EN-Prüfung gefordert wird. Daher kann ich meinen Karabiner bedenkenlos verwenden, wenn er runterfällt. Trotzdem ist natürlich eine Sichtprüfung eine richtige und wichtige Sache. Bei Aluminium sind Schäden zwar schwer festzustellen, aber grundsätzlich kann man sagen, dass wenn eurem Karabiner nicht gerade ein ordentliches Eck ausgeschlagen wurde, er genauso nützlich wie bisher ist. Ich persönlich tausche Karabiner nur aus, wenn sie extreme Weiten gestürzt sind. Hier bin ich aber ebenfalls vermutlich sogar vorsichtiger, als man unbedingt sein müsste. Aber wenn ein Karabiner 30 Meter eine Route im freien Fall abstürzen würde und unten aufschlägt, dann hätte ich persönlich mit dem Kopf wahrscheinlich eher mehr Probleme als mit dem Material, wenn ich den Karabiner nochmal verwenden würde. Auch das Alter ist kein Thema, das bei modernen Karabinern wirklich Kopfschmerzen bereiten sollte. Auch nach 15 Jahren ist euer Karabiner bei ganz gewöhnlichem Gebrauch einwandfrei zu verwenden. Doch was sollte man denn mit einem Karabiner eigentlich nicht tun und worauf sollte man achten? Es gibt Dinge, bei denen sind Karabiner einfach zu schwach, um uns zu unterstützen. Und allen voran ist das immer der Fall, wenn eine Belastung nicht Karabiner geeignet ist. Dazu zählt beispielsweise eine Belastung im offenen Zustand, wenn der Karabiner ein Hebel wird. Das passiert, wenn man den Karabiner nur mit der Nase vorne irgendwo einklippt und dann reinstürzt. Hier ist der Karabiner deutlich zu schwach und zerreißt in seine Einzelteile. Eine weitere Falle bei Karabinern ist die Feder des Schnappers. Diese kann nämlich nach einiger Zeit mal versagen oder eben schwächer werden. Das passiert vor allem mit zunehmendem Alter und gleichzeitig intensiver Nutzung. Dann passiert beim Öffnen und Einklippen des Karabiners manchmal eben sowas. Und das kann natürlich sehr schlecht sein. Denn dann gelten die Bruchlastwerte des offenen Karabiners und vor allem kann sich natürlich auch das Seil oder was auch immer drin hängt einfach ganz von selber ausklinken. Je nach Situation kann das lästig sein, aber eben auch tödlich. Das sind sie also, die Karabiner. Viel mehr müsst ihr zu Karabinern fürs Klettern zum aktuellen Stand eigentlich nicht wissen. Klar, ich könnte euch jetzt noch Zahlen, Kennzahlen, Euronormen und Co. und vor allen Dingen die Geschichte der Karabiner erzählen. Aber das ist hier eben der Klettern-Grundlagenkurs und deshalb geht es ums Klettern. Nächste Woche dann beschäftigen wir uns mit dem zweiten wichtigen Teil des Kletterns, nämlich dem Seil oder den Seilen. Je nachdem. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Wenn euch die Inhalte hier gefallen, bitte denkt daran, dass sie sich auch vor allem durch einen kleinen Kaffee eurerseits finanzieren. Deshalb danke ich an dieser Stelle allen Unterstützern, die hier bereits weitere Videos ermöglicht haben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch natürlich wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.